ja selbst die quits sind manchmal erbärmlich wie jetzt gerade es lebt immer noch aber ich habe jetzt reingelaufen nicht so gut ja komm man wie viel hältst du noch aus das war ein quitt kein besonderes guter aber es war ein quitt das war ein besserer quitt hey man quitt von ihr wie der stab verteidigung ein schaden nur schaden nichts nur schaden nur schaden endlich so ein quicksave machen und jetzt greater energy portion hier was kann ich eigentlich sonst noch so herstellen weil das müsste ein gegengift in den folgenden portion portion of anti-venom das gibt gar nichts das gibt auch nichts also ja das ist ein antidote okay da habe ich die spezielleren das gibt einfach nur ein antidote wo ich aber zurzeit auch nicht so du trinkst mal das hier und kriegst das hier als ersatz so wie du das kriegst so noch ein besserer maltrank für ihn weil er der schadensmacher ist und den rest weg sortieren und mal das licht wieder an machen so ich versuche jetzt erst einmal wild alle knöpfe zu drücken was nichts bringt ow oh hi ich habe ja den einen aus versehen doppelt gedrückt also lade ich nochmal sicherheitshalber und ja das letzte bisschen essen was ich noch habe geht mal an euch beide dass ihr schaden machen könnt nein die alle zu drücken bringt nichts oh 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 ok ich weiß gerade gar nicht nehmen die mehr schaden durch die zauber eher nicht das war meine health recovery ok bin ein los geworden von 4 ja anders geht es halt nicht mit zwei losgeworden komm her wow das war knapp du trinkst die sicherheitshalber mal du kannst gar nichts machen außer zuschlagen so ein quit na komm her komm komm ja ich glaube noch ein blitz und dann muss ich wieder nein muss ich mit gewalt vorlieb nehmen und der bogen macht fast keinen schaden da muss es halt so gehen äh fehlt hier nicht noch irgendwo ein pfeil jetzt muss ich mal ganz kurz hier alles ablatschen wo der letzte pfeil geblieben ist ich hätte schwören können ich hatte 13 pfeile der wird ja jetzt nicht irgendwie kaputt gegangen sein oder so so was hat mir das jetzt gebracht die schleims rauszulassen erstmal ein quicksafe wieder machen okay so konnte ich die richtung aufmachen und den rückweg gott sei dank ist der rückweg offen schnell hochheilen rasten alles gott sei dank also noch so einen raum werde ich nicht schaffen ich habe die ressourcen nicht mehr dafür weil die beiden haben jetzt auch schon wieder hunger was ich gut verstehen kann nach dem ziemlich heftigen kampf jetzt ah ja jetzt geht sie doch hoch emergency evacuation exit emergency evacuation exit um Ähm. Daher. Das hat mir jetzt nichts gebracht. Außer, dass ich schnell zurück kann an den blauen Kristall. Wenn ich jetzt aber richtig sehe, bin ich jetzt genau auf der anderen Seite von diesem Kondoidraum. Und ja, die Ogre, die schaffe ich. Auf jeden Fall einfacher.